Das, was auf die Beine gestellt worden ist heute, das war sensationell. Und was die Mannschaft auch auf dem Platz geleistet hat, das war für mich überragend. Es war absolut geil. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Solche Atmosphäre. Kiste! Solche Fans, so ein Zusammenhalt, war absolut geil.